So Leute, ein neuer Tag, ein neues Workout. Wir haben heute vielleicht 15 Minuten M-Rap. Besteht aus zwei Übungen. Die erste Übung sind normale Toe-Touches. Dabei wollen wir die Knie nach außen drücken, quasi Deadlifts ohne Stange. Und hier, Knie nach außen drücken, minimal Spannung hinten auf der hinteren Kette merken. Und die zweite Übung sind Air-Sports. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Wir haben für 15 Minuten einmal Standing Toe-Touches, ein Air-Squat. Zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf. So lange, bis die 15 Minuten oben sind. Für Equipment können wir das Ganze mit einer Kettlebell oder mit einer Dumpbell machen. Wir haben auch für 15 Minuten, eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, etc. pp. Ja, Russian Swings bis zur Brust oder bis zur Schulter und haben ein Gorbatschor. Ich wünsche euch viel Spaß. Verlinkt uns in eurer Story, postet eure Scores unter die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß.